Hallöchen, meine lieben Freunde, wir haben hier ein völliges Rambazamba auf den Amischen Hofe. Ja, es würde niemanden scheren, wenn du überall hinscheißen würdest, weil hier gerade sogar Scheiße liegt. Egal. Wir haben im letzten Part ein neues Universum betreten, die Zeit der Amischen Leute hier, wo irgendwie, ja, alles von den Amischen regiert wird, weil die die Einzigen sind, die so technische Scheiße nicht so brauchen und deswegen ja hier auch so alles ausschaut. Und ja, die hassen uns auch, weil Bertram sie auf uns aufgehetzt hat. Im Gegensug dafür kriegen sie ganz viel Holz von ihm, weil sie holzarm sind. Egal. Wir ballern uns hier durch die Gegend. Halt die Klappe. Komm her. Genau, fall einfach um. Tu mir den Gefallen. Und das... Ich bin nicht nur schrecklich, du weißt. Ladebücher sind ein Schuss, wenn sie mich hier sehen. Creepy. Okay. Nicht zum modernen Wörter. Zum modernen Wörter. Okay. Ich vertraue denen einfach mal. Oh, da komme ich nicht hin. Ah, ich kann das Poster auch nehmen. Tick auf alle diese Poster. Die Leute müssen so viel über die anderen überraschen. Ach so. MyOB, everybody. Wie unser cooler Kamerad hier von unserer Teleportationsfernbedienung gesagt hat, wir müssen die Poster abreißen. Auch als weiteres sekundäres Ziel. Und hier war nur noch ein weiteres Poster schon. Oder schon mehrere sogar. Das wusste ich natürlich nicht, dass wir die auch abreißen sollen. Dann müssen wir noch mal kurz rumgucken. Hier nicht. Jetzt haben wir schon zwei sekundäre Ziele. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sag ich da. Einfach hier gucken, ob hier noch irgendwie eins ist. Sieht nicht so aus. Hüpfen wir mal rüber. Ich könnte ein Gesundheits-Upgrade verbrauchen auch. Danke. Hallo, Ferdi. Er sagt mir auch Hallo. Indem er mich anscheißt. Das ist die nette Art von Pferden, ein Hallo zu sagen. Ah, da haben wir noch eins. Dit is moins. Sehr schön. Mein neues Profilfoto auf Facebook. Wenn ich Facebook hätte. Oh nein, ich will's nicht. Oh, noch eins. Oh yeah. Drei von zwölf schon. Ja, ich glaube hier im Anfangsbereich haben wir jetzt alle. Ich hoffe mal einfach nicht, dass in der Scheune eins ist. Aber man kann ja mal nachprüfen. Vielen Dank. Was ist denn hier? Jebediah Sunday School. Today's character... What's character term? The wonders of wood. Wood and you. The history of wood. Wood and the economy. Wood and God. Also viel mit Holz. Alles klar. Die mögen Holz. Beziehungsweise sie brauchen Holz. Gehen wir nochmal in den Laden. Wir haben 2000 Dollar. Nein, lieber nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich suche Poster von mir. Denn sie sind cool. Aber nicht so cool. Dann wieder, weil sie da zu Leuten verleiten, auf mich zu schießen. Mit Heugabeln. Das können die. Wow. Nichts? Ist das ein Mini-Fooder? Ah ne, äh... Ach so. Aus so einem Miniatur-Fett-Reiten oder was? Also aus Holz. Toll. Milch-Fresh-Daily. Sehr schön. Ich habe sie zwar beim Sprechen unterbrochen, aber das juckt mich gerade nicht. Du-Du-Du. Wie komme ich dort hin? Body, 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 yami, yami, yami. Body, 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 yami, 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 yami. mit der miet ein gelaufen bei dies sei mit liebe gemacht sehr viel liebe zu geben wir glaube ich gleich mal nein das wollte ich doch gar nicht das bin ich besoffen naja war noch eins dann haben wir schon ein drittel die freut mich ach jetzt sind wir hier stimmt ich wollte ja auch noch gucken wie ich an diesen hunden dran kommen zehn hühner müssen wir ja auch killen ist ja auch noch eine sekundärmission und die hälfte haben wir von denen und eins dieser hühner war ja irgendwie was für geräusche irgendwie hier hier noch nicht aber ich glaube es war hier genau wie komme ich zu dem hohen bleibt ganz cool hohen nicht getroffen habs getötet okay jetzt kann ich froh und mutis weiter ziehen ich nehme an alle post haben wir hier jetzt auch bis jetzt also geht's weiter wir sind schon ein wenig angeschlagen wie man sieht aber nur wenig da hinten ist ist das da hinten die moderne welt komplett aus holz gebaut hier ist alles aus holz gebaut deswegen sind diese holzarm halt die klappe man ja ja klar so ein portal wieder sehr schön flammenwerfer wurde zu stuys inventar hinzugefügt i got a flamway bell new yay flammenwerfer oh das will ich nicht gesehen haben auf einmal voll zur asche zerfallen na 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 hallo ferdi lein schade ich dachte ich kann's abwackeln brennt das hier? nö schade hey die ballern mit fallen auf mich hey das glaube ich jetzt ja nicht das ist nicht wahr ja das dachte ich mir auch gerade wirklich da hier da du son of a beach you son of a beach hohen stirb hohen weg mit dir hohen hohen danke ja papapapapapapa wer sagt das die kuh ja mhm burn baby und zu staub zerfalt hallo ich finde das holzlager der armischen liebend gern ja burn baby ich brenne erstmal die ganzen armischen hier ab ey arme armischen ne ich finde die nicht so arm die tun mir kein bisschen leid die kuh die kuh die kuh die kuh oh god einmal nachladen fett gepumpt ja genau brenn du auch zu tode oh ein poster von uns den muss natürlich weg ach es gibt nur zwölf dann war mit fünften drittel untertrieben wir haben jetzt nämlich schon die hälfte ich will da hin und burn baby brennt es nicht los brenn ja du auch und du auch und zerfall zu staub sehr schön ammo alles hier ist zu staub zerfallen hier sind ein paar vogelscheuchen die aussehen als wären die aus echten menschen gemacht das sind sie wohl leider auch oh nein oh nein wie unauffällig welcome to amish town danke für die willkommenesbegrüßung ich weiß das sehr zu schätzen ich will krähen abschießen oh bababababam hallo krähenfüße ah ne da komme ich zu dorthin wo ich will zu dorthin wo ich will das will ich aber noch nicht yay ein kaboom erwischt nie ganz die windelbombe so und hier geht es ja auch nur in diese richtung ne was macht ein maiskolben dort verführend der soll für ablenkung sorgen egal gehen wir erstmal dann zum ziel zum zielort das ging haarig schnell bei denen die schießen die schießen mitten in diesem brennenden wald hin in diesem wald mit brennenden pfeilen das ist kaum gefährlich ne die sonne ist so cool so also ich soll niederbürzen na burn baby attack brothers du hast keine brüder alle tot kann ich das niederbrennen ah oh 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 nicht gut äh das ist jetzt etwas peinlich äh bam 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 alter hör auf damit mich zu verfolgen das macht mich ganz kirre in den kopf ha erwischt und wieder in den kopf und zack ich bin wieder voll bei lebend du das geht ja gar nicht hey wer wirft ihr mit dem hufeisen an mir ja verdammt voll gegen mein knie ey jetzt hab ich eine verletzung auf mein gutes knie auch noch okay so geht es anscheinend doch nicht du hufeisen werfe auf damit so ich hab doch einen flammenwerfer ach so das brennt weiterhin also muss ich doch einfach alle runterschießen okay na da das war baum nummer eins hilfe hör auf man du du hast mir angst genau stirb einfach und du tust jetzt dasselbe danke die gesundheitspack sind wieder da gehen wir einmal mal hier lang da ist noch so ein scheiß baum stirb einfach stirb stirb voll in die falle reingeb aua aua gutes knie bäh der ist weg der muss jetzt auch weg hey 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 bleib stehen bleib stehen kollege ach scheiß drauf komm her ich will euch umarmen ich will euch umarmen Windelbombe oh ein bisschen daneben Windelbombe oh voll überleben er ist durch eine Windel explodiert m k 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 dé ohne krise weck mit dir weg mit dir das ist ein facebook foto von uns das nicht nur wieder läsch 커� sogar wer mit dir aber erVIDU da ich bin angeschlagen Her damit. Vielen Dank. Der ist auch weg. Okay, können wir nochmal Leben regenerieren? Bam, bam. Mach mal Bienen hier kaputt. Danke. Oh nein, Bienen. Tja, Bienen zacken halt, ne? Habe ich eigentlich den jetzt komplett schon wieder? Ne, habe ich noch nicht. Du bist auch noch da. Hau ab. Da haben wir noch ein Stückchen. Und sobald das unten ist, ist auch der Baum weg. Tschüss. Boom. Weg mit euch. Ich kann euch nicht leiden. Oh, der hier bitte. Dir, du da oben, du nervst ein bisschen. So ein bisschen nur. Ich glaube, ich habe den nicht mal besiegt, he? Der lebt wohl noch. Ne, der ist tot. Ach, komm schon. Das muss ich doch mal erwischen. Danke. Vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Oh, das ging schnell. Ach, sind die in der Falle getreten, oder was? Trottel. Und... Tschüss. Alle Zauberbäume sind abgebrannt. I will kill you. Das Metalllager. Woher ist die Metalllager? Ihr wertvolles Metall. Hier war wohl kein Bildchen mehr von uns? Brian? Ich bin glücklich, wir sind nicht armisch. ins Juwelierviertel. Oh, die Tür ist jetzt offen. Alles klar. Krei, krei. Krei in Füße. Nehmen wir mal wieder... Ne, den wabbelwackelarmigen Windhosen-Kamerad nehme ich nur nicht. Genau das. Ich muss erst mal wieder... Drauf sein. Yeah! Ja! 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 viel geld also die amischen mögen richtig geile feiern die sind ja richtige studenten haben die ja einfach mal haben plantagen fett geld kann ich das eigentlich das kann ich doch sicherlich da kann ich wenn wir doch einfach bei ihrer haupt plantagen nieder die geben sogar ein bisschen was einfach mal alles niederbrennen weil ich es kann einfach weil ich es kann und durch 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 nachladen durch durch und durch fast alles niedergebrannt durch und zu guter letztlich und dann haben wir ihr ganzes handfeld weg tja viel spaß beim feiern das hat sogar eine trophäe gegeben das ist cool das bild vor allem dazu die den lind hallo ach nee von hier komme ich ja okay ich würde mal sagen dass ich jetzt einfach in die haupt plantage nicht wieder mal reinsetze duftet ja noch so ein bisschen schön hier und dann beende ich einfach mal hier fein den part also im nächsten part kümmern wir uns um die metall vorräte der amischen bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag und tschüss trolley und dann